das war nun mal so 2014 eben genau so das ist übrigens mein stärkstes volk mein liebstes volk mein stärkstes volk von dem habe ich auch nachgezogen weil da hebe ich jetzt den obersten honigraum und den habe ich aber geschleudert da kann man schon sie zu sagen meine damen jetzt zeigt mal wie artig ihr seid da haben wir das absperrgitter leider ein stück mit das ist das schwarmträgigste und wie gesagt stärkste volk was ich habe und eigentlich auch das liebste hier hatte ich gerade das reingehängt gerade angefangen aufzubauen warum hier die drohnen aber an dritter stelle ist weiß ich nicht macht aber nichts wie du siehst stifte und ein hübscher drohnenwabe könig magnet genau verheitet sich immer wieder wirklich wall-to-wall und wand zu wand und kritisch Auf der anderen Seite nix. Auf unten nix. Auf oben nix. Ganz ohne wäre ja auch merkwürdig gewesen. Aber nix drin. Obwohl, wie wir ja vorhin gesagt hatten, ein bisschen weiß drauf. Aber das muss man hier mal gucken. Ja, das passiert nix. Aber gleich beim Verrück setzen werde ich dann aber mal die Drohnenwahl an die richtige Stelle packen. Oh. Nix. Alles frische Brut. Alles junge Maden. Mhm. Auch von Band zu Band. Wunderbar. Näpfchen. Nix drin. Nö, hört sich auch nicht so aus. Ne. Verhält sich gar nicht so. Ne. Ne, weil irgendwo wäre schon was gewesen. Aber. Nevers the neighbor. Genau. Man kann sagen, mach zu. Und dann stehst du hinterher da. Und nächste Woche ärgere ich mich. Da haben sie ein bisschen gemacht. Aber man sieht schon so alte Spielereien aus dem Frühjahr. Hm. Drohne. Drohne. Nö. Aber gar nix. Nö. Nö. Alles gut. Mhm. Auch. Schön zu sehen. Ne. Im Endeffekt die alte Brut. Schlüpft hier. Und schon wieder neu gestiftet. Von innen stiftet die dann in den Zirkeln. Genau. Hier sind wieder Jung Maden drin. Ja. Also die liegt echt voll. Da sind sie auch zufrieden. Ja. Wenn sie nix dran sind. Wenn sie nix dran sind. Assistieren wir einfach. Ja. Als Hand. Als dritte. Da war aber auch nix. Wenn es recht ist. Ja. Aber das ist nix. Das ist nix. Bisschen Drohnenbrut. Außenrum. Oh. Ne. Alles gut. Da ist der Tanzboden. Ich seh sie schon tanzen hier. Zeigen wir euch mal da. Ja. Da gibts die Tracht. Ja. Hier, 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 hier. Zittern. Da unten auch. Ja. Genau. Auf einmal ganz alleine. Hahaha. Kampel. Ja. Sehr schön. Ja. Wie gesagt. Letzte Ware gucken wir nicht nach. Hahaha. Unter normalen Umständen würde ich das bei dem Volk tatsächlich nicht machen. Hahaha. Aber heute zum Spaß machen wir es noch. Ja. Hahaha. C'est tout? Das war's. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Mhm. Das ist für Dadant für die Jahreszeit viel. Er wird weggebrochen, siehste. Fällt mein Stift nicht mehr. Irgendwann mal austauschen. Achso, wollte ich ja jetzt sowieso. Einmal du. Na hier. Und dich häng ich mal nach außen. Könnt ihr schön außen weiterbauen. So. Du kommst hier hin. Du kommst hier hin. Du kommst hier hin. Somit habe ich wenigstens jetzt die an zweiter Stelle, wo ich es eigentlich auch haben will. Die Drohnenwahl. So. Einmal mal raus geht. Einmal auf Tagstation. Dann ist auch der Unterschied zwischen fliedliebenden Bienen und stichigen Bienen. Oder hektischen Bienen. Weil wenn du jetzt einen Rauch gibst, bei denen, die tauchen ab. Dann siehst du keinen mehr. Bei den anderen fliegen auf. Die fliegen auf. Und zwar ein volles Gesicht. So. Okay. Schwerer Honig. Der geht ja nicht. Aber. Schön voll besetzt, ne? Na, wir sind am Arbeiten. Ja. Das gibt's dann demnächst wieder irgendwann. mit die Hand sind.